Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit dem Daniel und dem Marc Acker Handwerker auf der neuen Map unterwegs und wir hatten eine sehr, sehr actionreiche Runde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Hau rein, viel Spaß. War ein Ping von 7 in der Hand, habe ich auch noch nie gesehen. Na, musst du dir schön unter die Fußgleiche verlegen. Ja, genau. Kannst du ja schön machen. Ich habe auch immer Ping von 7. Mittlerweile 12, weil ich länger aus... Weiß nicht, ob es am Kabel liegt. Ich habe ein saulanges Kabel hier. Ja, meins ist 30 Meter lang. Ja gut, das... Oh Mann. Und tot. Oh, ja. Alter, ich habe es tatsächlich überlebt. Klo ist rot, sind jetzt drin. Ich habe dich geheilt. Ich habe dich geheilt, Marc. Hab einen. Einer ist tot. Hast du es gesehen? Ja, Marc. Ja, ich habe gerade, weil das Lustige war, mein Medipack... Könnt ihr mal bitte ruhig sein, kurz? Hier vorne ist irgendwo einer. Ich bin tot. Hier bei mir, vor mir. Stell es hier oben irgendwo. Ihr steppt es über mir. Ja. Ja, der ist runtergesprungen. Feles, da drinne, hat Hit. Da war ein, tot. Hat es geheilt, irgendwie. Wo ist Feles? Bei euch vorne? Ja, hier. Ich kriege mich jetzt schon leer, Typ. Hab sie... Nice, nice, nice. Alter, die ist trotzdem, trotz dass du sie angeschossen hast... Hier ist ein Trade. ...und ich sie getroffen habe, ist sie nicht gestorben. Nach meinem ersten Treffer. Gibt's nicht, ey. Was hatten die, LeBelle? Ich habe zwei Mann mit der Pax gekillt. Nice. Oh, diesmal nicht, äh, Rabauken dabei? Nee, keine Rabauke. Hier ist nur Mosin, wenn jemand möchte. Ich habe eine. Ich nehme sie. Hier, hier aufkriegen. Ich habe dann halt keine Pumpe mehr, dann, ne? Ja. Beifahren, Kampfhafen. Hast du deine Spectre da liegen lassen? Ja. Dann nehme ich die Spectre mit. Ich brauche immer noch Heilung. Ich möchte mich jetzt kein Verband nehmen. Äh, Daniel, komm mal her zu mir. Ich habe bei dem Mark schon geheilt. Du hast ja einen gut. Ich habe alle drei Verbände verwendet. Jetzt einen für Mark, zwei für... Ach, nee, das ist der Falsche. Ich habe halt Heilung zurückgeloadet, aber... Ah, da, du hast Doktor. Danke. Jo. Dann war der völlig waste, mein, äh... Ähm, Vorsicht, im, 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 vor müsste ein neues sein. Oben ist einer. Oh, ja, oder? Oh, ja, oder? Hat Hit! Runtergesprungen. Mann, ey, was ist denn hier los? Train da? Hit! Ist U low. Oppress Hit halt, ne? Er überlebt's! Wieder zwei Treffer mit der Mosin überlebt. Einer müsste hier irgendwo noch oben sein. Über mir, glaube ich. Da war halt keine Pumpe mehr jetzt. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Über mir ist nix. Doch, über mir. Ihr Steps wie Hulle. Oh, hinten auch. Westen. Oh, Schüsse auf mich aus Osten. Alter, ich bin im Sandwich. Oh, Mann, der ist direkt hier. Abhin, Headshot. Nice. Ist aber noch was los hier. Einer hat Hit. Zu zweit hier unten. Hab einen. Nice. White shirt hier unten. Der andere ist da auch, hat Hit. Abhin. Oh, Trade? Ja, ja. Trade. Alter, der war viel früher tot als du. Viel, viel, viel früher. Ja, ich bin verblutet. Achso. Ich hole jetzt erstmal den Hinweis. Ich bin verblutet. Ach, hier ist zu. Und da, wo es jetzt explodiert ist, ist es wahrscheinlich das letzte Team, ne? Ja, wir sollten zum anderen losgehen. Oder wollt ihr, äh, obwohl, mir ist eigentlich egal. Keiner ne Uppercut heute dabei? Was ist denn los mit euch? Daniel, hast du hinten den auch schon gelootet, den du erschossen hast? Nein, ich hab nur zwei gelootet. Wo liegt der denn? Das war das letzte. Marc, dann musst du einen hier von denen looten und ich loote hinten den. Das ist bei Seven, gell? Oh, das ist gut für uns. Äh, Seven ist aber auch was los. Daniel, wo? Ja, den hab ich hier erschossen, wurde der gehoben. Kann eigentlich nicht sein. Warte mal. Hier hab ich den... Ach, hier liegt er. Hier liegt er. Lass uns mal schnell weitergehen. Ich brauche los. Ich würde sagen, ich laufe jetzt erst mal weiter. Ich hab einen da gelootet gehabt und scheiß auf den Rest. Ja, lass uns, ähm, Seven gehen. Hier ist die Tür offen. Die waren hier und sind runter zum Gefängnis gelaufen. Ja, ja, die sind zu uns gekommen. Weil es geschossen hat, ja. Ich bin jetzt bei mir. Oh. Ah, du hast schon geholt. Sonst hätten wir noch den Klo holen können. Ich dachte, ihr habt schon geholt. Nee. Äh, ich hatte die Spinne auch nicht gehört. Also, ich hab einem ganz normal den Hinweis genommen. Ja, wir kommen. Ich glaub, die gehen Richtung Ausgang, die anderen. Alter. Geht die mir auf den Piss. die kommen aber glaube ich hierher die haben abgedreht die haben gesehen dass der boss jetzt hier ist ich denke die kommen hierher weil die waren eben schon weiter bei kingsnake und jetzt kommen sie straight nach unten ja die kommen dass sie doch rankommen ja gut die kommen doch so oder so waren ja aber das ist doch doof die muss es so machen dass du in headshot range bist jetzt verziehen sie sich in die andere richtung im turm immer noch im turm keine ahnung ich trau mich nicht wieder noch mal zu piken ich glaube rechts daneben doch im turm ist runter ja sind alle da letzte pumpe wäre geil ich bin tot die sind schon beide oh mann sind die schnell ein habe ich dann hier du bist auf der völlig falschen seite sind nicht mehr im turm die sind schon an mir dran er hat getradet nur noch eine das war's nee zwei heb jan auf schnell oh unten da sind sie oh mann ich bin low einer ist tot ich brauche unbedingt heilung guck nochmal kann nicht heilen ich höre ihn ich höre ihn ich höre ihn ich höre ihn der ist hier oh ja ja ich habe ne bombelit kann mich einer von euch ich komme ne wo bist du ach du bist da oben ah der ist schon drin der ist drin ja ich weiß ja ich weiß oh mann ich ohne nahkampfwaffe ich habe auch keine ich habe nur bombelands dann ihr guck wo ich habe keine sicht mehr er hat da eine spekta young bin drin ich hole die bounty oben da oben drin ich werde ihn nicht killen können mit meinem ersten schuss ja aber in halt close range ja der sitzt hier oben ja der sitzt hier oben ja der sitzt hier oben nein ich hatte mich eben schon gewundert als du mich aufgehoben hast und ich hinter mir gelaufen mich der geld mark not durch jans speck da sieht aber komisch aus was gehört mag ich komme gerade zurück ich komme gerade zurück sind die anderen einer hier mag ich dich fast erschlagen wo ist denn die spekta jetzt hin hier ist er haben wir es sensationell gemacht ja ein serverwip ich habe dich fast umgehauen da oben kill speichern ja bitte ich glaube nur ein 10 kills haben wir gemacht wie ist denn das passiert oh ich habe wieder einen sechster gekillt aber er mich auch das war der mit dem ich getradet habe ich nenne sie jetzt einfach mal servervibe naja ja war einfach ein servervibe und auf einmal hatte ich die bomblance in der hand und war ultra überrascht was ist das denn hier ähm ja sehr sehr krasse runde ich habe tage da treffe ich mit der pax alles und jeden und mache sehr sehr viele kills damit das war so ein tag da haben wir noch mehr runden gespielt und jedes mal mit der pax irgendwelche leute geholt und dann gibt es wiederum tage da treffe ich gar nichts mit der pax das ist irgendwie so eine so eine hassliebe mit der waffe ich rüste die tatsächlich auch lieber aus am anfang als die uppercut tja manchmal läuft so manchmal eben nicht oh gott 5 euro in die phrasenkasse waren das ja hat mark und daniel haben sie es sensationell gemacht das lief ja echt gut wir hatten halt ein bisschen glück dass die oben den boss gemacht hatten und wir so zum gefängnis konnten und daniel hat seinen balken wieder bekommen ich habe meinen balken wieder bekommen und ganz am ende hätte ich fast mark erschlagen das war ganz ganz knapp aber ich glaube selbst das hätte mich nicht so übel genommen ja ich hoffe die runde hat euch gefallen denkt an mein teamspeak der ist unten verlinkt genauso wie game.de könnt ihr jederzeit nutzen könnt auch gerne game.de mal besuchen gerade wenn ihr selber teamspeak mumble root server game server web server etc sucht seid ihr an einer super adresse holy energy ist unten verlinkt eine gesunde alternative zu red bull monster kein zucker kein scheiß guckt es euch mal an ich bin super begeistert davon unten ist der link und zwei rabattcodes mein discord ist unten verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz ganz tollen tag und wir sehen uns heute ab 14 uhr auf twitch live haut rein tschüss fünf sechs fünf fünf Vielen Dank.